Wie geil! Nein! Schnell! Moin Leute, was geht? Da bin ich wieder, euer André Odor aus Xerox. Jetzt mit einem weiteren Mario Kart Video. Im letzten Mario Kart Video haben wir ja Only Blue Shells gemacht. Und jetzt Only Skill Rakete. Ja, wenn ihr auch mal live dabei sein wollt, schaut doch gerne bei Twitch vorbei. Link dazu in der Videobeschreibung. Dann würde ich sagen, Only Skill Rakete ab. Die erste Runde ist auf der Sydney Spritztour. Da wird's spritzig. Schauen wir mal rein und gönnen uns die neue Map. Ich bin sie vorher nie gefahren. Aber dieses Mal muss ich erster sein. Ja, geil! Ich bin der Spamper! Jiddi! Ach du Scheiße, ach du Scheiße! Attacke! Ja! Ja! Oh! Oh lol! Das ist ja geil! Doppel! Man wird immer nur bis zum ersten... Ja! Oh! Was ist das denn? Nein! Man wird immer auf den ersten Platz irgendwie gesetzt. Wie geil! Nein! Schnell! Ich bin besoffen. Ja! Nein! Ich bin der Meister im Skill-Modus. Ja! Ich sag doch, Skill Rakete drücken kann ich. Äh! Fällt aber noch gegen die Wand, ey! Was ist das für eine Skill Rakete? Skill Rakete! Alter! Äh! Wie kurz war die denn? Ist ja Bullshit! Aha! Geschützt! Skill Rakete! Das ist nicht Mario Kart, das ist Skill Raketen Kart! Neuer Modus! Neues Spiel! Oh! Der ist immer echt doof! Ja! Double! Für die doppelte Portion! Junge! Guckt euch das an! Wie ein junger Gott setzt er seine Skill Raketen ein! Und wird getroffen! Hier! Attacke! Muss wieder nach vorne kommen! Ah! Gefährlich! Oh! Jetzt kriege ich keine Skill Raketen! Attacke! 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 Oh ne Mann! Oh nein! Oh! Oh! Attacke! Über die... Ja! 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 Nein! Nein! Einmal in vierter! Pilzi! Alter! Er nimmt mir auch noch meine Skill Rakete weg! Ja egal! Das ist safe! Ich glaube es macht Sinn erstmal hinten das Feld aufzuräumen! Kann ich hier lang! Ich glaube es ist alles gut strategisch! Und einfach mal so ein bisschen spannend erstmal! Ja okay! Ich glaube man kann auch hier mit einem Pilz... Aber gut wir haben jetzt keine Pilze! Wir warten jetzt erstmal! Ich glaube es gibt auch einige Threads wo man das gut einsetzen kann! So! Die prügeln sich da vorne alle! Skill Rakete Nummer 2 gleich hinterher! Jetzt haben wir neun Münzen! Jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal schneller! Oha! Zehn Münzen! Dieser schon wieder dritter! Zweiter! Erster! Easy! Oh! Oh! Über die Skill Rakete rüber! Oh! Oh! Ey! Was soll ich scheiße! Ich dachte ich kann jetzt vor dem Big Brain Move machen! Oh man so! Ich dachte die Sklerakete zieht mich dann so nach oben! Oh! Ist das so ein Schmutzkack Junge! Das war der Big Brain Loser Move ey! Alter! Ernsthaft? Er war nur Fünfter geworden! Ja okay! Das war vielleicht nicht ganz so! Aber egal! 1, 2, 1, Meins! Ich glaube hier heißt es immer Spam! Jaaa! Die Veku-Taktik! Oh! Attacke! Weg! 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 Spammen! Alter! Wie weit ich komme! Oh! Oh, Leute, ich kann mal vorher abkürzen. Alter, das ist ja... Wie heftig ist das? Das ist einfach nur so ein Raketen... Oh, mein Gott, wie man da abkürzen kann mit als Raketenmann. Okay, jetzt war er lost. Alter, die kommen gar nicht mal an mir vorbei. Oh, mein Gott, ich bin's. Jawohl. Guckt euch das an, ich hatte die beste... Das war Easy Mode. Kann Nintendo bitte Map Buns einführen? Das kommt das nächste Update dann. Erstmal notiert. Right, come on. Wenn ich jetzt vielleicht nochmal erster werde, vielleicht schaffe ich da noch was Schönes. Ich weiß nur nicht genau, wie ich jetzt hier am besten die Sache einsetzen soll. Boom. Ich bleib ein bisschen in der Raketen. Oh, nee, doch nicht. Schade. Hilfe. Felkos in meinem Ass. Ich hab keine Ahnung, weil ich hier springen kann. Ich bin die mit Uni gefahren. Attacke. Wiggler, meine ich, aus dem Weg. Der Wiggler. Wiggle, 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 wiggle. Okay, hier kann man aber relativ gut ausweichen. Oh, das war Skill. Das war richtig madig. Okay, okay. Jawohl, schön um die Ecken rum. Oh, das war nicht gut. Das ist Verschwendung gewesen. Boah, Zenrall ist erster. Oh mein Gott, meine Skill-Rakete ist voll am Schlüssel. Attacke. Die haben ihn gerade voll weggeäumelt. Smash-Subo. Velko. Jawohl, jawohl, jawohl. Erstmal wieder hier auf den... Oh, jetzt hab ich kein Item bekommen, weil Smash-Subo mich da weggedrückt hat. Egal, passt noch. Wir sind noch nicht aus im Spiel. Ach, da war auch noch ein Item. Ja gut. Okay, ach, da ist natürlich jetzt nicht so... Da lacht er nicht. Sogar der Bot ist besser als ich, Kappa. Jokemon. Ja, jetzt den auch noch gleich hinterher. Schön die Kurve eng nehmen. Ich bin erster wieder. Oh. Attacke. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Oh mein Gott. Ja, ich bin wieder erster. Lol, ich hab's wieder geschafft. Ach, verdammt. Aber Velko, Velko. Ah, Velko hat's geschafft. Nice. GG. Aber dennoch, immer noch Zweiter geworden. Ehre. Wir sind bald in hell since we were motherfuckin' 15. Steady comin' up in what they like to call the OC. Cruisin' in a shabby every week into a newbie. Trumper in the back, playin' music was a routine. Parties on the weekends at the house that everyone knows. Parents never hold, so that's the spot where everyone knows. Wir chosen zusammen precis Hochsch stage.